Herzlich Willkommen aus der Dominikanischen Republik. Mein Name ist Michael Network. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Heute zu diesem Special Video. Heute geht es um einen Vergleich, das ich dir heute zeigen möchte. Ich habe es anhand einer Präsentation festgehalten, beziehungsweise ich werde dir einen Vergleich zwischen Mining und Masternode zeigen. Es wird richtig, richtig interessant. Ich habe da viele Faktoren mit reingenommen, was passieren könnte. Ich werde mich darauf fokussieren und zwar die letzten zweieinhalb Monate. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt mit Mining anfangen vor zweieinhalb Monaten und du hättest mit Masternode angefangen vor zweieinhalb Monaten. Was würde jetzt dabei herauskommen? Wie viel Profit würdest du erwirtschaften? Denn ich habe einfach oft die Frage gestellt bekommen, Emanuele, wie sieht es denn überhaupt aus? Kannst du einen Vergleich erstellen? Und deswegen habe ich mich an die Arbeit gemacht und vertieft recherchiert. Deswegen bleibt dran, stay tuned und nach diesem Intro Video geht es weiter. So, herzlich willkommen zurück. Hier sind wir auf meinem Blog www.evanuele-wechonder.de Und hier findest du meinen Blogartikel, sind ASIC, GPU und Cloud Mining schon tot? Es ist richtig interessant, das kannst du dir durchlesen und auf der rechten Seite kannst du mein Gratis E-Book herunterladen, wie du dir ein Imperium durch Masternodes aufbaust. Wir werden uns selbstverständlich zum Schluss dann auch die Verlosung ansehen, aber lass uns mal die Präsentation anschauen, beziehungsweise wir werden uns jetzt das Ganze bis ins Detail ansehen. So, und jetzt schauen wir uns mal einen Verdienstvergleich an zwischen Mining und Masternodes. Ich habe mir jetzt zum Beispiel diesen Coin Zcash ausgepickt, weil er aktuell auch sehr rentabel ist, also am rentabelsten, sagen wir mal so, weil Ethereum, beziehungsweise Bitcoin und Litecoin Mining ist gerade nicht aktuell sehr, sehr rentabel. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt einen Vergleich machen möchte, dann mit Zcash. Und ich habe jetzt den Gegner rausgepickt und zwar der Gegner ist Polis. Und wir werden uns jetzt mal die Statistiken ansehen, beziehungsweise ich habe eine Excel-Datei fertiggestellt, aber lass uns mal durchstarten. So, und jetzt schauen wir uns mal die ROI von der Polis Masternode an. Und zwar, ich habe mir die Polis Masternode gekauft, die hat einen Wert gehabt bei 1188 US-Dollar und zwar der Wert damals, also der damalige Wert war 0,18 Bitcoins. Was passiert? Also ich habe insgesamt 287 US-Dollar verdient mit dieser Masternode, also das heißt, ich wäre jetzt noch im Minus von 76% nach zweieinhalb Monaten. Das heißt, until ROI, also ich müsste demnach noch 901 Dollar verdienen, damit ich auf die 100% komme. Das siehst du hier dann auf der rechten Seite. Aber lass uns mal das Ganze mal bis ins Detail ansehen. Deshalb, ich habe ja eine Excel-Datei fertiggestellt. Okay, so, jetzt siehst du die Excel-Datei. Und zwar, wenn wir jetzt weiter runter scrollen, da sehen wir jetzt zum Beispiel hier, dass ich auf täglicher Basis hier die Polis verdient habe und dann habe ich sie wieder verkauft. Am 20., am 23. und so weiter. Hier siehst du den Dollarwert, beziehungsweise auf der rechten Seite siehst du, was ich da verdient habe, als ich die Polis, also 14,4 Polis verkauft habe. Und insgesamt habe ich dann eben hier 0,00399 Bitcoins verdient. Das heißt, hier laut dem Bitcoin-Stand sind es 22% ROI und laut dem US-Dollar-Stand wären wir bei 24%. Aber jetzt wird es ganz spannend und zwar, denn ich werde jetzt einen Vergleich erstellen, was ist eigentlich rentabel? Ist eine Masternode rentabler oder ist das Mining rentabler? Lass uns das Ganze mal ansehen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Kalkulation von der Polis-Masternode an, beziehungsweise auch gleich darauf eine Kalkulation von Seacash. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Polis-Masternodes genommen, weil natürlich die Investition bei Mining auch circa 2.200 Dollar ist und bei der Polis-Masternode sind es halt eben 2.376. Also mehr oder weniger habe ich jetzt hier mal einen Vergleich genommen von diesen beiden. Und zwar der Verdienst bis heute, wenn wir jetzt mit zwei Masternodes gestartet wären, wären wir bei 574 US-Dollar. So, der Wert der Masternode heute liegt bei 1.170. Also das heißt insgesamt 2.340 mit zwei Masternodes. Also das heißt, wir hätten zwei Masternodes damals für 2.376 gekauft, an diesem Zeitpunkt am 16. Juli 2018. Und beide hätten jetzt insgesamt einen Wert von 2.340. Also das heißt insgesamt haben die vielleicht 36 US-Dollar Wertverlust in Anführungszeichen. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt die Kosten der Einrichtung der Masternode. Hier wären wir bei 37,5 US-Dollar für zweieinhalb Monate. Sehr interessant. Und der Reihengewinn würde dann 516,50 Dollar sein. Ganz spannend, weil der ROI im Gegensatz zum Mining sehr stabil ist, da der Blockertrag sich kaum ändert. Also bei der Polis Masternode ist es halt eben so, dass sich die Blockerträge 5 Jahre lang nicht verändern. Und das kannst du natürlich auch im Whitepaper ansehen. Wir haben jetzt auf CryptoSelfnet.com im Free-Member-Bereich kannst du dir das Whitepaper durchlesen. So, dann geht es aber weiter. Aktuelle Verdienst bei der Polis Masternode. Wir haben jetzt aktuell einen Verdienst zwischen 150 und 160 Dollar passiv. Also das heißt mit zwei Masternodes wärst du jetzt schon bei 300 US-Dollar. Aber natürlich, wenn der Coin wächst, beziehungsweise wenn der Coin einen Wert gewinnt, ist dein passives Einkommen selbstverständlich höher. Das Interessante ist, dass die ROI nur dann sinkt, wenn mehrere Masternode im Netzwerk reinkommen. Und somit, ja, sagen wir mal, wird die ROI ein bisschen weniger sein. Aber beim Mining ist es ein bisschen anders und das werden wir uns gleich ansehen. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Kalkulation vom Seacash-Mining an. Und zwar, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Kauf vom Endminer Z9 Mini und der hat im Juli 2018 2.000 US-Dollar gekostet. So, dann geht es weiter. Und zwar, dein Verdienst wäre bis heute 978 Dollar gewesen in Seacash. Und die Stromkosten wären dann bei 200 US-Dollar, also in diesen zweieinhalb Monaten. Aber, was da natürlich zustande kommt, und zwar, der Wert deines Endminers wäre heute 800 bis 850 US-Dollar wert. Also, das heißt, du hättest eine Reduzierung gehabt von deinem Endminer. Also, ja, der Wert diesen Endminers ist gesunken und das ist brutal gesunken. Und du hättest jetzt einen Gewinn von 778 US-Dollar, aber das ist nicht dein tatsächlicher Reingewinn. Weil dein tatsächlicher Reingewinn ist 422 US-Dollar. Wie kommt das Ganze aber zustande? Und zwar, das Ganze kommt zustande, indem du jetzt zum Beispiel sagst, die 2.000 US-Dollar, die du für deinen Endminer investiert hast, plus deine Stromkosten wärst bei 2.200 und du substrahierst das mit deinem Verdienst von 978 US-Dollar. Und der Wert deines Endminers beträgt dir 800 Dollar. Das musst du natürlich auch dazu zählen. Also, das heißt, wenn du jetzt deinen Endminer heute verkaufen möchtest, weil er zum Beispiel nicht mehr rentabel ist, dann würdest du jetzt eigentlich eine tatsächliche Miese machen von 422 US-Dollar. Also, du hast gar keinen Reingewinn hier gemacht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, ich verkaufe heute meine Masternode, dann hättest du auf jeden Fall Plus gemacht mit C-Cash, beziehungsweise mit dem Endminer, hättest du heute einen aktuellen Stand von heute 422 US-Dollar Miese gemacht. Was ist der Nachteil vom C-Cash? Und zwar, er wird von Tag zu Tag einfach unrentabel. Du kannst es halt eben hier sehen, die Mining Profitability. Und es geht extrem weit nach unten. Ich denke, das wird auch noch weiter runtergehen. Also, ich denke, bald wird auch C-Cash Mining nicht mehr so ganz rentabel sein, weil, jetzt stell dir mal vor, wenn du zum Beispiel in Europa bist, dann sind die Strompreise zwischen 25 und 30 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich nicht wenig. Wenn du natürlich jetzt im Ausland bist und die liegen bei 10 bis 15, dann wird es noch ein bisschen gehen, aber in Europa ist es fast unmöglich zu meinen. Und optional C-Cash lagern und auf den Bullrun hoffen. Also, das heißt, wenn du sagst, hey, ich sehe das langfristig, das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn wir das jetzt hier so betrachten, weil das ist jetzt meine Sichtweise, und zwar, was passiert in den zweieinhalb Monaten? Und in den zweieinhalb Monaten ist ganz klar, dass die Masswirt einfach mehr erwirtschaftet hat als C-Cash. Aber lass uns das Ganze mal bis ins Detail ansehen. Und zwar der ROI von deinem Z-Cash Mining. Also, Stand heute, nach zweieinhalb Monaten, hättest du heute 29% miese gemacht, wenn du natürlich dein Endminer plus deine C-Cash verkaufst zu dem heutigen Preis. Und wenn du sagst, hey, Mensch, ich möchte weitermachen, deine ROI wäre ohne Wertsteigerung, weil ich habe jetzt die Wertsteigerung auch nicht bei der Masternode mit einberechnet, wäre 565 Tage. Also, das heißt, deine monatliche Rendite von 84 Dollar und 63 Cent. Also, das heißt, du siehst jetzt hier auf der linken Seite, was du hier am Tag verdienst. Und ich habe hier die Hashing Power von 10 genommen und die Power Consumption von 300 Watt. Also, das heißt, Cost per Kilowatt pro Stunde. Das heißt, ich habe jetzt den Preis von Deutschland genommen. Das ist 0,30 und Pool Fee 1%. Das ist ganz normal. Da bezahlt man natürlich die Gebühren, wenn man jetzt diesen C-Cash minnt. Also, im Großen und Ganzen würde dann das zustande kommen. Also, 84 Dollar und 63 Cent. Natürlich musst du die Difficulty auch noch mit einberechnen. Also, das heißt, es wird in Zukunft nicht mehr so ganz rentabel sein. Es gibt natürlich noch weitere C-Cash Mining-Nachteile. Und zwar, die Lebensdauer eines Endminers ist circa ein Jahr. Und da wird der nicht mehr so ganz, ganz rentabel sein, weil es kommen natürlich auch neue raus. Also, es gibt ja immer so diese Varianten S8, S9, S10 und so weiter und so fort. Deswegen wird das Ganze ja natürlich auch, sagen wir mal, effektiver gestaltet. Und ja, Bitmain und so weiter möchte man natürlich auch verkaufen. Deswegen werden die Endminers dann, oder man ist gezwungen, sich neue Endminers zu kaufen. Und das ist natürlich sehr, sehr lästig. Und natürlich geht es weiter mit der Difficulty, die steigt. Deswegen, ja, gehen die Verdienste drastisch runter. Und die ROI ist nach heutiger Sicht über eineinhalb Jahre, wenn der Preis natürlich nicht steigen sollte. Wenn du sagst, Mensch, C-Cash ist zum Beispiel ein cooler Coin, gefällt mir, die Community gefällt mir, hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, dann kannst du das natürlich auch langfristig sehen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ja, einen Vergleich gemacht zwischen Polis und C-Cash. Und da ist meiner Meinung nach jetzt die Masse auf jeden Fall rentabler. Hier siehst du jetzt zum Beispiel, hier die Endminer können stark an Wert verlieren. Du siehst, im Juli 2018, vor zweieinhalb Monaten, hat er 2.000 US-Dollar gekostet. Und jetzt bekommst du einen Endminer zwischen 800 und 850 US-Dollar. So, und jetzt sehen wir uns mal ein Fazit an von Mining und Masternodes. Und du siehst hier auf der linken Seite, du hast hier bei Mining 29% Miese nach zweieinhalb Monaten. Also stell dir mal vor, du wärst im Juli gestartet, am 16. Juli. Dann hättest du Stand heute eine Miese gemacht. Und bei Masternodes hättest du am 16.07.2018 dir 2 Polis Masternodes gekauft. Wärst du dann eben hier 21,7% im Plus. Also der Gewinner der letzten zweieinhalb Monate ist ganz klar Polis. Okay, das war es zu diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du kannst jetzt verstehen, was nach zweieinhalb Monaten bei einem Mining Coin beziehungsweise was bei einer Masternode passiert. Ich wollte einfach mal hier kurz einen Vergleich rausziehen, weil viele Menschen haben mich einfach gefragt, Manuel, ist Mining überhaupt noch rentabel? Ist Cloud-Mining noch rentabel? Und deswegen habe ich mich einfach an die Arbeit gemacht und dachte, okay, jetzt kommt dieser Vergleich. Und deswegen ist dieser Vergleich jetzt zustande gekommen. Ich fand es richtig interessant, beziehungsweise es werden ja auch in Zukunft weitere Videos von mir geben zwischen Mining und Masternodes. Also wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, unter diesem Video kannst du gerne deine Fragen reinstellen und wir können uns sehr gerne darüber unterhalten. Zum Schluss, wenn es dich interessiert, eine Masternode zu hosten, wir haben hier unser Masternode-Hosting-Service www.cryptoselfmade.com Unter diesem Video findest du den Registrierungslink. Du kannst deine Masternode binnen weniger Minuten bei uns aufsetzen. Deine Coins bleiben selbstverständlich auf deiner Wallet beziehungsweise bei dir. Also das heißt, du kannst sie sichern und so weiter. Da hat keiner Zugriff darauf. Und ganz, ganz wichtig, du gibst dir die Outputs, die IDX ein und du selektierst dein Coin. Wir haben jetzt aktuell über 100 Coins, die wir hosten und wir sind der einzige Hoster beziehungsweise das einzige Masternode-Hosting-Service auf MLM-Basis. So, jetzt möchte ich aber den Gewinner der letzten Edition bekannt geben und zwar der Gewinner der letzten Edition ist und war Adi Now, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Du kannst dich gerne bei mir melden mit deiner Apollon-Adresse und ich werde dir deine Apollons zusenden. Noch zum Schluss ein ganz kurzes Update zu Polis beziehungsweise ich habe auch sehr viele Kunden, die eine Polis Masternode besitzen. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, dass du diesen, beziehungsweise diese Wallet downgradest auf 1.3.1, weil es gab natürlich noch kleine Herausforderungen beim Algorithmus und so weiter. Also das heißt, die Developer mussten natürlich jetzt hier Maßnahmen ergreifen. Also das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du die 1.3.1 Version herunterlädst. Die kannst du in der Discord-App herunterladen in Announcements und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du das machst. Und außerdem, damit deine Wallet synchronisiert, gehst du hier einmal auf Einstellungen beziehungsweise hier auf Werkzeuge, Entschuldigung. Du gehst einmal hier auf Werkzeuge und dann hier die Konfigurationsdatei öffnen. Also das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Adnode eingibst. Unter diesem Video werde ich dann diese Adnodes reinstellen, damit du die kopieren kannst und du diese in deiner Polis Config einfügen kannst. Dann speicherst du das ab und somit lässt du dann einfach für mehrere Minuten deine Polis Masternode einfach synchronisieren beziehungsweise deine Wallet synchronisieren. Das ist sehr, sehr wichtig, damit du halt natürlich eben deine Verdienste haben kannst oder Verdienste bekommen kannst. Okay, das war es zu diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen hoch geben beziehungsweise ein Like und abonniere meinen Kanal, wenn du keine weiteren Videos von mir verpassen möchtest und zudem, falls es dich interessiert, du kannst gerne deine Meinung reinstellen. Unter diesem Video findest du ein Kommentarfeld und schreib einfach deine Meinung rein. Was hältst du von Mining? Was hältst du von Masternodes? Haben diese Zukunft? Und so weiter und so fort. Okay, das war es an dieser Stelle von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Dein Michal on Adbook und bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.